Willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute wollen wir uns ein bisschen über die Computertomographie unterhalten. Nun sehen wir uns erstmal an, was wir heute alles vorhaben. In dem Video heute wollen wir uns ein bisschen die Einführung ansehen, die Motivation und eine kurze Geschichte der Computertomographie und danach werden wir uns die mathematischen Grundlagen ansehen. Nun fangen wir mit der Einführung an. Die Computertomographie ist eine der wichtigsten Technologien in der medizinischen Bildgebung und sie war im Wesentlichen die erste, mit dem wir sehr detailliert in den Körper hinein sehen könnten und auch volumetrisch im Körper Strukturen auflösen konnten. Nun sehen wir uns hier ein paar Beispielbilder an. Wir sind natürlich in der CT in der Lage, sehr hochauflösende Rekonstruktion des gesamten Körpers zu erstellen und wir sehen hier auf der rechten Seite eine der ersten Rekonstruktionen überhaupt und dort ein Bild, das tatsächlich nur 80 x 80 Pixel zeigt. Und in diesem Bild können wir in den Kopf hinein sehen und etwas sehen, was wir auf keiner Röntgenprojektion sehen können würden. Wir sehen hier eine virtuell berechnete Schicht durch den Kopf und wir können innerhalb des Schädelknochens einen dunklen Fleck auflösen, der tatsächlich relativ groß ist und hier wirklich ein Hirntumor indiziert. Also das neuartige 1970, als diese Technologie dann für den medizinischen Markt vorbereitet wurde, war, dass wir virtuelle Schnittbilder durch den Körper legen können. Und anhand dieser virtuellen Schnittbilder genau räumlich auflösen können, wo sich Strukturen im Körper befinden und wir konnten damit zum ersten Mal sehr niedrige Kontraste sehen, wie zum Beispiel hier diesen Hirntumor. Nun stellen wir uns ein paar grundlegende Fragen. Wie können wir überhaupt aus 2D-Röntgenprojektionen solche dreidimensionalen Bilder zurückrechnen? Wie können wir aus diesen Schattenbildern, die ja im wesentlichen Röntgenbilder sind, wieder zu dieser Information gelangen? Und woher kommt diese räumlich aufgelöste Information? Ich habe noch ein paar weitere Bilder mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das auch von der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Dort werden ja auch Röntgenbilder vom Gepäck gemacht. Hier zum Beispiel links bei A ein solches Röntgenbild und dann in B die verschiedenen Schichten aufgelöst. Und hier kann man tatsächlich Texte erkennen, die wir so in der Projektion nicht lesen können würden. Rechts ist dargestellt eine Schichtdarstellung eines Apfels. Rechts unten mit zwei. Das ist eben genau der Apfel, der auch in der Projektion links gezeigt wird, dass wir diesen natürlich volumetrisch erfassen können. Aber wir können auch virtuelle Schnittbilder erzeugen. Und wir sehen auf der rechten Seite drei verschiedene Schnitte durch den Apfel, die uns eben zeigen können, dass das ein normaler Apfel ist. Im Prinzip sieht das so ähnlich aus, wie wenn wir den Apfel wirklich durchschneiden würden mit einem Messer. Aber durch den virtuellen Schnitt muss eben das Gewebe nicht verletzt werden und wir können virtuell beliebig oft diesen Apfel durchschneiden und uns genau im Inneren die Lage der Kerne und so weiter ansehen. Und natürlich geht das nicht nur bei einem Apfel. Wir können auch sehr hochauflösend das heutzutage bei Patienten machen und damit sehr viel besser verstehen, was im Inneren des Patienten los ist und damit auch sehr genaue medizinische Diagnosen machen. Sehen wir uns etwas die Geschichte der CT an. 1917 tatsächlich war der erste Meilenstein auf dem Weg zur CT. Dort wurden nämlich von Johann Radon die mathematischen Grundlagen der Computertomographie entdeckt und veröffentlicht. Leider hat er dasselbe nie erlebt, wie seine mathematische Methode dann später für die Bildrekonstruktion eingesetzt wurde. Und es hat bis 1971 gedauert, bis Soundstray und Cormac den ersten CT-Scanner gebaut haben. Interessanterweise waren diese Forschungen finanziert von der Firma EMI. EMI ist tatsächlich in der Musikbranche sehr bekannt und sie haben eben sehr große Einnahmen gehabt und wollten damit in neue Technologien investieren. Eine davon war die Computertomographie, die die Projekte von Hounsfield und Cormac finanziert hat. Und man kann also sagen, dass unter anderem die Beatles daran schuld sind, dass wir heute CT-Scanner haben, weil EMI eben über die Schallplattenverkäufe der Beatles so viele Mittel eingenommen hat, dass sie Geld hatten, um in solche neuen Zukunftstechnologien zu investieren. Tatsächlich ging es dann sehr rasant. 1971 das erste Schichtbild. Wir haben gesehen, dass diese noch eine sehr schlechte Auflösung hatten mit 80x80 Bildpunkten. Aber schon 1979 dann der Nobelpreis für die beiden, für die Erfindung dieser neuen Modalität. Seit 1990 dann auch kontinuierliche Scans des ganzen Körper, also nicht nur einzelne Schichten, sondern man kann den ganzen Körper auf einmal erfassen. Und das ist eine Technologie, die insbesondere von Willi Kalender, einem zwischenemeritierten Professor unserer Universität, erfunden wurde. In den ersten Tagen zurück zur Zeit von Hounsfield und Cormac, hat man ungefähr vier Minuten lang an einer Schicht gescannt und damit tatsächlich nur Auflösungen mit 80x80 Pixeln bekommen, die dann 3-Bit-Farbauflösung hatten. 2002 ist man schon in der Lage, mit 0,4 Sekunden pro Rotation 16 Schichten parallel aufzunehmen und kann Schichten mit der Größe von 512 x 512 mit 16 Pixeln Farbtiefe rekonstruieren. Und zwar mit Spezial-Hardware fortlaufend. Das heißt, so schnell wir die Bilder akquirieren können, so schnell können wir diese dann auch rekonstruieren. 2005 ein weiterer Meilenstein ist die Dual Source CT. Ein Scanner, der tatsächlich mit zwei Quellen und zwei Detektoren ausgestattet ist. Damit kann man moderne Akquisitionsverfahren durchführen, wie zum Beispiel Dual Energy CT, dass wir uns am Ende der Einheit über CT nochmal genauer ansehen würden. Und natürlich kann man damit doppelt so schnell scannen, so dass man in ungefähr 60 Millisekunden eine komplette Schicht aufnehmen kann. Und tatsächlich nicht nur eine Schicht, sondern ein ganzes Field of View mit 16 Zentimeter Höhe. Und damit sind wir dann in der Lage, Bilder des schlagenden Herzens aufzunehmen, ohne dass wir großartig Bewegungskompensation durchführen müssen, weil wir eben so schnelle Bildfolgen aufnehmen können. 2014 ist es dann soweit, dass wir bis zu 128 Schichten gleichzeitig aufnehmen können und mit Single Source immerhin eine Auflösung von ungefähr 195 Millisekunden bekommen. Dual Source Scanners sind entsprechend schneller. Hier eine Abbildung von so einem modernen CT Gerät. Wir sehen, es gibt also wesentliche Unterschiede zum MR. Zum Beispiel, weil wir nicht diese großen Magnetfelder brauchen, können wir die Gantry kippen. Und im Vergleich zum MR haben wir eine etwas kleinere Gantry, die eben nicht so lang ist. Beim MR-Scanner war dieser Tunnel bis zu zwei Meter lang, da ist der ganze Patient drin verschwunden. Hier diese Gantry ist schlanker. Es gibt Versionen, wo man sogar die Gantry kippen kann, um dann in einem neuen Koordinatensystem aufzunehmen. Aber wir merken im Gegensatz zu der flexiblen MR-Bildgebung, die eben in allen Richtungen aufnehmen konnte, mit allen Schichtorientierungen, sind wir hier beim CT-Scanner an die Rotationsebene gebunden. Und wenn wir die Schichtorientierung ändern wollen, müssen wir den ganzen CT-Scanner kippen. Wie hier in dem Beispiel dargestellt. Nun, soviel zur Einführung und zu den Grundlagen. Jetzt wollen wir uns doch ein bisschen die Mathematik dahinter ansehen. Was werden wir uns genau ansehen? Zum einen werden wir uns das Prinzip von Radon, also was der 1917 sich schon überlegt hat. Wir aber erst später, eigentlich tatsächlich erst nach 1971, die ersten Rekonstruktionsversuche von Hounsfield haben tatsächlich nicht das Verfahren nach Radon eingesetzt. Aber die Radon-Lösung ist viel eleganter und schneller, wie wir dann in der Folge sehen werden. Wir werden uns das iterative Verfahren ansehen, das Hounsfield und Cormac zuerst eingesetzt hatten. Nun, die Idee ist es, eine Integral-Transformation zu formulieren. Das ist die Radon-Transformation. Das ist im Prinzip der Aufnahmeprozess mit der Röntgenquelle. Das haben wir auch schon gesehen bei unseren Überlegungen zur Röntgen-Transformation, dass wir hier also quasi alle Pixel des Objekts hintereinander alle aufsummieren, wenn wir eine entsprechende Umformulierung des Absorptionsgesetzes treffen. Und die Idee von Radon ist dann, mit entsprechenden Fourier-Methoden, insbesondere das Fourier-Slice-Theorem oder Fourier-Scheiben-Theorem, die Eigenschaften der Fourier-Transformation zu nutzen, um sehr elegant dann zurück auf das Schichtbild rechnen zu können. Das ist die Kernidee der schnellsten und wichtigsten Rekonstruktionsalgorithmen. Und heute finden die im Wesentlichen in allen CT-Scannern immer noch an der einen oder anderen Stelle ihren Einsatz. Nun, was ist die Radon-Transformation? Die Radon-Transformation ist im Wesentlichen der Röntgen-Transformation. Das heißt, wir beobachten das Objekt, das wir später rekonstruieren wollen, das wir hier nennen f an den Stellen x und y entlang von Linienintegralen. Das heißt, wir haben hier das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Später interessiert uns eigentlich nur das Integral von der Quelle bis zum Detektor über das Objekt. Und wir können eben dieses Integral messen, indem wir eine Röntgenprojektion aufnehmen. Und dann messen wir im Wesentlichen in jedem Pixel das Integral von der Quelle bis zu dem Pixel. Und wir sehen, dass das quasi eine Linie L bildet und wir das Objekt an dem Schnitt mit der Linie L eben aufsummieren. Nun sehen wir uns das nochmal ein bisschen geometrisch an. Hier nochmal das Ganze etwas umformuliert. Wir nehmen jetzt nicht mehr die direkte Integration an der Stelle x, y entlang einer Linie an. Wir haben jetzt umgestellt auf ein Doppelintegral. Das heißt, wir folgen nun einer etwas anderen Idee. Und zwar arbeiten wir hier mit der Dirac-Funktion, der Delta-Funktion. Und die Delta-Funktion ist eine ganz besondere, tolle Funktion, die eben überall 0 ist, nur an der Stelle 0 ist sie 1. Also ein Dirac-Stoß. Wir haben das auch schon kennengelernt, als Impulsantwort wir messen. Und hier benutzen wir letzten Endes die Delta-Funktion als eine Art Statusabfrage. Vom Programmieren kennt ihr ja auch IF-Anfragen. Und wenn ihr mit IF-Anweisungen arbeitet, dann wird eben nur genau dann gemessen, wenn diese IF-Abfrage wahr ist. Hier steht quasi die Aussage x Cosinus Theta plus y Sinus Theta minus S ist gleich 0. Das heißt, wenn quasi x Cosinus Theta plus y Sinus Theta S ist, wenn wir leicht umformen, dann an dieser Stelle ist unsere Aussage wahr. Und nun haben wir ein Doppelintegral. Das heißt, wir multiplizieren dann letzten Endes mit einer Funktion, die nur entlang einer Linie, und zwar genau der Linie, die quasi durch x Cosinus Theta, y Sinus Theta minus S parametrisiert ist. Das ist auch hessische Normalform im Prinzip. Und inhand dieser hessische Normalform können wir jetzt eine Linie parametrisieren, die multiplizieren und dann die gesamte Ebene aufintegrieren. Wir haben jetzt quasi ein Doppelintegral, das von in dem Bild links unten quasi von der links unteren Ecke bis zur rechts oberen Ecke alles zeilenweise aufsummiert. Wir aber immer nur an der Stelle den Wert behalten, an der genau unsere Linie liegt. Was wir hier kompliziert aufgeschrieben haben, ist im Übrigen mathematisch völlig identisch zu der Formulierung auf der vorherigen Folie. Interessant daran ist aber, dass wir hier jetzt tatsächlich das volle Objekt f von x, y drin stehen haben und wir können quasi mit einzelnen Linien einzelne Teile von f messen. Sprich, was wir messen, ist hier links unten nochmal dargestellt die blaue Linie. Das ist jetzt ein Beispiel für x Cosinus Theta plus y Sinus Theta ist gleich S. Und nun messen wir entlang dieser Linie alle Werte aufsummiert. Das ist quasi die Information, die ein Pixel in so einer Röntgenprojektion enthält. Nun können wir diese Projektion parametrisieren und zwar anhand des Winkels Theta. Theta gibt mir also die Richtung an von diesem Winkel und S den Abstand zum Ursprung. Weil wir eine parallele Geometrie uns zunächst ansehen, ist es auch gar nicht weiter wichtig, dass wir solche Vergrößerungseffekte haben. Also wir werden uns zunächst nur Detektoren ansehen, an der alle Abbildungen orthogonal sind. Wir haben das auch schon bei der Endoskopie gesehen. Dadurch haben wir eben alle Vergrößerungseffekte eliminiert und wir können ganz bequem unseren Detektor verschieben. Nämlich in der Richtung der Strahlen können wir den Detektor beliebig verschieben. Wir können den ins Rotationszentrum legen, was für uns mathematisch sehr viel einfacher ist. Wir könnten den natürlich auch außerhalb des Patientens stellen, was wir dann für die echte Messung natürlich auch so tun müssen. Aber da wir in so einer orthographischen Projektion völlig invariant der Vergrößerung sind, können wir den eben entlang der Strahlen beliebig positionieren. Damit ist es uns möglich, parallele Projektionen nur anhand des Abstands zum Ursprung S, das ist quasi der Index des Detektorpixels, und des Winkels des Detektors Theta zu parametrisieren. Diese Formulierung ist sehr mächtig, weil sie uns später erlauben wird, die eigentliche Projektion wieder rückgängig zu machen. Wir sehen, wie wir es natürlich schon bei der Röntgenbildgebung beobachtet haben, dass wir massiv Informationen verlieren, weil wir eben nur diese Schatten messen, diese Integrale. Und jetzt ist eben die Frage, wie wir das Objekt wieder zurückholen können, wie wir diese Schicht wieder zurückrechnen können. Und dafür ist natürlich eine Projektion nicht ausreichend. Tatsächlich müssen wir ein vollständiges Set, eine vollständige Menge an Projektionen messen. Und zwar genau die Projektion von dem Detektor rotiert über 0 bis 180 Grad. Also wir müssen einmal komplett um das Objekt herum drehen, um alle notwendigen Strahlen zu messen, die wir brauchen, um das Objekt später zu rekonstruieren. Fragt ihr euch vielleicht, warum nur 180 Grad? Das ist ja nur eine halbe Drehung. Aber wenn der Detektor genau parallel aufnimmt, schauen wir uns das mal auf der nächsten Folie an, dann seht ihr, dass es quasi egal ist, ob ich von der einen Seite messe oder von der anderen Seite, weil die Strahlen genau parallel sind. Und wenn ich um 180 Grad gedreht habe, nehme ich wieder genau dasselbe Signal auf, wie in der ursprünglichen Projektion, nur spiegelbildlich. Also ist eine Rotation hier um 180 Grad völlig ausreichend, um ein vollständiges Set zu messen, weil mit jedem weiteren Winkel würden wir nur wieder Projektionen aufnehmen, die wir bereits kennen. Wenn wir das jetzt tun, dann bekommen wir ein sogenanntes Sinogramm. Hier links nochmal die Aufnahmegeometrie. Das ist unser f von xy, dass es zum Beispiel hier ein Kreis ist. Wenn wir diesen Kreis aufnehmen, entlang der Strahlen, dann bekommen wir so eine Zylinderprojektion. Und diese Zylinderprojektion sieht natürlich an jedem Detektorindex S anders aus und gibt uns genau eine Projektion. Wenn wir jetzt Schritt für Schritt rotieren, dann stellen wir fest, dass diese Zylinderprojektion, weil der Zylinder eben nicht im Rotationszentrum liegt, sich langsam hin und her bewegt. Und in der Darstellung rechts haben wir die sogenannte Radontransformation. Das liefert uns dann ein Sinogramm. Sinogramm deswegen, weil diese Bilder eben Sinuskurven zeigen. Und zwar genau die Sinuskurven, wie sich die Objekte in der Projektion über die Rotation verhalten. Wir sehen nach rechts aufgetragen den Rotationswinkel Theta und nach oben aufgetragen den Detektorindex S. Nun sehen wir, dass wir in der ersten Projektion die Zylinderprojektion eher links vom Ursprung beobachtet haben. Aber wenn wir langsam um das Objekt rotieren, wandert es eben auf die andere Seite, bis wir eben bei 180 Grad genau die ursprüngliche Projektion sehen, nur entsprechend gespiegelt. Das heißt, unser Zylinder ist wieder auf der anderen Seite. Wenn wir weiter rotieren würden, würden wir entlang dieser Sinuskurve weiter aufnehmen. Und tatsächlich ist das gar nicht notwendig, weil wir hier schon durch entsprechende Spiegelung ergänzen könnten, welche Informationen fehlen. Nun, das sind interessante Beobachtungen und nun müssen wir ein wesentliches Prinzip erklären, das sogenannte Fourier-Scheiben-Theorem. Und das Fourier-Scheiben-Theorem wird uns helfen, auf die ursprüngliche Schicht wieder zurückzurechnen. Das Fourier-Scheiben-Theorem basiert nun auf fundamentalen Beobachtungen, die zwischen Projektion und Fourier-Transformation stattfinden. Und zwar besteht folgender Zusammenhang. Die Fourier-Transformierte des Objekts f von xy, hier dargestellt als F von UV. Und die Fourier-Transformierte der Projektion können in Beziehung gesetzt werden. Also ich kann aus der Projektion, aus meinem Röntgenbild, wenn ich dort geschickt eine Fourier-Transformation einsetze, kann ich Informationen über den Fourier-Raum der 2D-Objekts bekommen. Das ist die fundamentale Erkenntnis, die Radon hatte und die uns heute eben hilft, sehr, sehr schnell solche Rekonstruktionen durchzuführen. Also die Fourier-Transformierte der Projektion, Projektion Theta an der Stelle S, P Theta S dargestellt. Wenn ich das Fourier transformiere, dann bekomme ich P Theta an der Stelle Omega, weil hier natürlich Frequenzen wieder genutzt werden und wir uns im Frequenzraum befinden. Wir also tatsächlich keine örtliche Zuordnung dieser Informationen im Frequenzraum mehr haben, wie wir es ja schon im Lauf der Vorlesung besprochen haben. Nun, das Fourier-Scheiben-Theorem gibt uns jetzt genau diesen Zusammenhang zwischen der Fourier-Transformierten der Projektion und der Fourier-Transformierten des Bildes. Und ich denke, am schönsten kann man das Fourier-Scheiben-Theorem, ohne es jetzt großartig mathematisch herzuleiten, was ihr übrigens im Skript findet, über eine Grafik visualisieren. Und das hier ist schon die Grundlage des Fourier-Scheiben-Theorems. Und zwar links oben seht ihr das Objekt, bevor wir es scannen oder wie wir es gerade scannen. Wenn wir das Objekt jetzt scannen, dann haben wir dort die einzelnen Strahlen, die hier eingezeichnet sind, dann gehen wir nach unten, damit entsteht die Projektion. Also von links oben nach links unten nehmen wir eine Projektion vor und bekommen dann diese Zylinder-Projektion. Rechts im Bild ist alles im Fourier-Raum. Das heißt, wir sind hier plötzlich in einem Raum, der keine örtliche Zuordnung mehr zulässt. Aber beide Räume, Ortsraum und Fourier-Raum, wie wir wissen, lassen sich natürlich miteinander verknüpfen. Wir können aus der Schicht eine 2D Fourier-Transformation rechnen und würden damit den vollständigen 2D Fourier-Raum erhalten. Und das Tolle ist natürlich, die 2D Fourier-Transformation ist invertierbar. Das heißt, wir kommen auch, wenn wir alle Koeffizienten im 2D Fourier-Raum kennen, dann können wir eindeutig die Schicht wieder rekonstruieren. Das heißt, wir können diesen Pfeil an der 2D Fourier-Transformierten auch wieder umdrehen. In der oberen Zeile kann ich von der einen auf die andere Information zurückrechnen. Was heißt, wenn ich alle Fourier-Koeffizienten kenne, kenne ich auch wieder das Objekt. Wir sehen, dass bei der Projektion, also von links oben nach links unten, Information verloren geht. Wir können also nicht aus der Projektion einfach wieder das Objekt bestimmen. Das funktioniert nicht. Aber in der unteren Zeile können wir die Fourier-Transformierte der Projektion berechnen. Und die Fourier-Transformierte der Projektion liefert uns wieder abstrakte Frequenzinformationen. Aber diese ist wieder invertierbar. Das heißt, aus diesen Frequenzinformationen könnten wir auch wieder eindeutig die Projektion zurückrechnen. Nun ist der fundamentale Satz des Fourier-Scheibentheorems, dass die Fourier-Transformierte der Projektion, also der Information rechts unten, diese Koeffizienten liegen im 2D Fourier-Raum genau entlang einer Linie. Und zwar der Linie unter der Rotation Theta. Wenn ich also eine Projektion aufnehme, diese Fourier transformiere, dann bekomme ich genau die Koeffizienten entlang der Linie Theta, wie hier rechts oben dargestellt. Sprich, wenn ich eine Projektion aufnehme, bekomme ich eine Linie im 2D-Frequenzraum. Und wenn ich jetzt natürlich rotiere, und zwar um 180 Grad, dann bekomme ich Stück für Stück alle weiteren Linien, die ich kennen muss, um die Information im 2D-Frequenzraum zu erhalten. Das ist schon der Trick, mit dem wir die Rekonstruktion sehr effizient durchführen können. Wir werden also mit Frequenzräumen arbeiten und die einzelnen Projektionen Fourier transformieren und dann Stück für Stück den Frequenzraum damit auffällen. Nun, fragt ihr euch, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Das ist überhaupt nicht intuitiv, dass so eine Linie im 2D-Frequenzraum identisch ist zu den Koeffizienten eben der projizierten. Nun, lasst uns nochmal zurückgehen zur 2D Fourier-Transformation. Ihr erinnert euch an die Wellbleche, die wir schon bei MR gesehen haben. Und wir wissen, dass jeder Punkt in diesem 2D-Frequenzraum quasi das Originalbild, also unsere Schicht, Punkt für Punkt multipliziert und aufintegriert ist. Und wir wissen, anhand der Orientierung der Wellbleche wandern wir im Wesentlichen entlang einer Linie. Also eine Linie hier in diesem 2D-Frequenzraum, die durch den Ursprung geht, hat ausschließlich Frequenzen derselben Orientierung. Das heißt, wenn ich jetzt die Orientierung ändere, dann rotiere ich im Prinzip auch auf einer Linie, die durch das Zentrum des Frequenzraums läuft. Nun, lasst uns noch eine weitere Überlegung anstellen. Wir sehen jetzt hier zwei verschiedene Methoden, wie wir Punkte im 2D-Frequenzraum einer Schicht bekommen können. Hier nochmal eine symbolische Schicht. Und wir wissen jetzt, wenn wir quasi entlang dieser blauen Linie hier rechts im 2D-Frequenzraum Punkte bestimmen wollen, dann müssen wir die entsprechenden Wellbleche nehmen, mit dem Bild multiplizieren, alles aufintegrieren und die Information dann an diesem Punkt hier schreiben. Und je weiter wir von innen nach außen laufen, desto kleiner werden eben die Abstände zwischen den Wellenbergen. Wenn ich also den Punkt recht nah in der Mitte bestimmen möchte, dann muss ich hier diese 2D-Funktion mit nur drei Wellenbergen nehmen. Wenn ich die etwa in der Mitte nehmen möchte, dann nehme ich die mit etwas mehr Wellenbergen. Wenn ich zum Rand hin möchte, dann bekomme ich ganz viele Wellenberge. Aber alle 2D-Wellenkurven entlang dieser Linie haben exakt dieselbe Orientierung. Nun, was mache ich bei der Projektion? Bei der Projektion nehme ich dieses Bild, integriere entlang meiner Richtung Theta alles auf, dann bekomme ich diese Projektion, wie dargestellt, und dann mache ich eine Fourier-Transformation. Ja, und die 1D Fourier-Transformation ist eben eine Korrelation mit einer reinen Frequenz. Und hier haben wir jetzt quasi dreimal solche Sinus- und Kosinuskurven dargestellt, die quasi multipliziert werden mit der Projektion und dann aufintegriert. Und diese geben genau dieselben Werte wie der Weg oben entlang. Nun könnt ihr euch fragen, warum ist das so? Na ja, schauen wir uns nochmal diese Projektion an. Wir sehen, dass wenn wir eine Integration in Richtung Theta, also entlang dieser blauen Pfeile, wie es hier dargestellt ist, durchführen, dann hat das im Wesentlichen keinen Einfluss auf die Frequenzinformation, weil unsere Wellbleche ja eh schon so gedreht sind. Das heißt, wenn ich entlang genau dieser blauen Linien aufintegriere, dann bekomme ich auch wieder nur die reinen Sinus- und Kosinusschwingungen, wie wir sie eben in der Folie vorher gesehen haben. Das heißt, im Prinzip Nutzen ist, dass die parallele Projektion entlang dieser Richtung sich vollständig entkoppeln lässt von der Frequenzanalyse. Also wir nehmen die Projektion und falten dann, oder wir falten 2D mit einer Funktion, die in der einen Richtung eine Fourier-Analyse macht und in der anderen Richtung eine Integration. Weil letzten Endes machen unsere Wellbleche genau das. Das ist eine Zerlegung von der Projektion in die einen Richtung und der Frequenzanalyse in der anderen Richtung. Und das ist der Schlüssel, wie wir dann wieder hier zurück auf den 2D-Frequenzraum kommen. Das ist der Schlüssel, wie wir diese Information bekommen. Wir nutzen uns diese tolle Eigenschaft der Projektion aus, dass wir quasi Projektion und Frequenzanalyse separierbar machen können und damit Stück für Stück diesen Frequenzraum auffällen. Ich hoffe, ihr konntet diesen Ausführungen soweit einigermaßen folgen. Das ist ein Versuch, die Fourier-Transformation zu nutzen und das Fourier-Scheibentheorem komplett anhand von Abbildungen zu erklären und möglichst nicht durch Formeln. Und natürlich können wir das Ganze auch formal herleiten und diese Information findet ihr im Skript. Und damit bleibt nur zu sagen, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, wo wir uns dann die Rekonstruktionsalgorithmen genauer anschauen, wie diese effizient implementiert werden können und dann auch das andere Verfahren, das ein bisschen langsamer ist, mit dem Hounsfield und Cormac zunächst gearbeitet haben. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Zuhören und auf Wiedersehen. Zuhören und auf Wiedersehen. Zuhören und auf Wiedersehen. Zuhören und auf Wiedersehen.